Was Sie hier sehen, sind unsere Zutaten zum heutigen Gericht. Und zwar kochen wir ein ganz leckeres Kalbsfilet mit glasierten Sparkeln und dazu gibt es einen Kartoffelstampf. Ja, womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem Kalbsfilet. Das Kalbsfilet ist quasi etwas kleiner als ein Rinderfilet, von der Aufteilung her auch nicht ganz so kompliziert. Und das geht los mit dem Filetkopf, dann kommt das Mittelstück und die Filetspitzen. Und als allererstes macht man immer die Kette ab und die befindet sich hier an der Seite. Das kann man schon fast nur mit dem Finger, da muss man nicht mal mit dem Messer schneiden. So, das ist quasi das Verbindungsstück zur Wirbelsäule, diesen Muskel. Und den macht man ab, weil der ist so versehnt, dass man den nicht unbedingt zum Kurzbraten benutzen sollte. Da kann man dann Massen, also ein Brät oder eine Farce draus machen. So, und jetzt kommt es zu einer ganz interessanten Sache, das können Sie auch auf alle anderen Fleischstücken übertragen. Weil die meisten tun sich immer sehr schwer bei einem Filet oder auch bei einem Rücken diese Silberhaut hier oben zu entfernen. Also das heißt, das ist eine Sehne, man sagt Silberhaut dazu. Und jetzt machen Sie mit der Messerspitze hier unten rein. Gehen zum Filetkopf vor. Und jetzt wird es mit Gegenzug pariert. Also parieren ist der Fachbegriff dafür. Jetzt haben wir hier oben das Stück losgelöst. Jetzt haben wir hier die Sehne. Die Sehne kann man jetzt fest angreifen. Jetzt geht man mit dem Messer drauf und schneidet auf der Sehne entlang. Und jetzt zieht man das Ganze nach hinten. So, und damit hat man schon mal das Gröbste weg. Und diese, so, und richtig sauber, ja. Hier richtig sauber. Und diese kleinen Stücke, da kann man dann drunter fahren und kann es nach oben wegziehen. Aber wenn Sie das mit dem Verfahren machen, hat man das richtig schön glatt und man hat keinen Fleischverlust. Das ist ja das, was wir immer irgendwo wollen. So, jetzt Filetkopf nehmen wir fürs Geschnetzelte, Filetspitzen kann man genauso fürs Geschnetzelte nehmen. Wir wollen schöne Kalbsmedaillons haben. Wenn dort ein kleines bisschen Fett dran ist, lassen Sie es dran, schneiden Sie es nicht unbedingt weg. Das bringt alles Geschmack. Das muss nicht entfernt werden. So, und jetzt haben wir hier schöne, schöne Medaillons. Und jetzt möchte ich einen kleinen Trick zeigen. Weil viele ja sagen, ach ja, und wie hast du das so schön rund bekommen und so schön saftig. Alufolie. Die Alufolie nimmt man jetzt her und wickelt die ein. So. Aber Sie werden sehen, dass das funktioniert. So. Richtig ist, das muss schon mehrfach gefaltet sein. Und jetzt nehmen Sie das Filet, können es platt drücken. Die Alufolie, legen die Alufolie drum herum und ziehen das richtig straff. Jetzt steckt man das hier oben rein. Und wenn Sie jetzt einfach drauf drücken, geben Sie der gesamten Sache Spannung und Sie bekommen ein richtig schönes, rundes Kalbsmedaillon. Und nicht wundern, die Alufolie wird quasi mitgebraten. Das machen wir aber im Nachgang. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal vor an den Herd gehen und die anderen Sachen soweit vorbereiten. Dann, für den Spargel, für zu Hause finde ich es immer am schönsten, wenn das schön klassisch passiert. Das heißt, in das Spargelwasser gehört Zitrone mit rein, es gehört Butter mit dazu, Salz und Zucker. Man braucht die Zitrone, also diese Säure, dass der Spargel beim Kochen auch schön weiß bleibt. Der behält seine Farbe und hat seinen Glanz. Die Butter im Spargelwasser hat folgende Bewandtnis, wenn der Spargel da drin gekocht wird, dann habe ich außenrum auch schon so einen leichten, einen schönen, leichten Film. Also ich muss nicht mehr unbedingt nochmal irgendwo glasieren oder irgendwas, sondern ich habe schon das Fett als Gleitmittel, als Geschmacksträger mit im Wasser drin. Plus dazu kann man das Wasser, das Spargelwasser dann im Nachgang auch ordentlich verwenden. Das heißt, man lässt es leicht reduzieren und kann eine schöne Spargelsuppe daraus machen. Also bei der Sache kann man wirklich alles verwenden. Den Zucker beim Spargelwasser gebraucht man wegen der Bitterstoffe, weil Spargel hat schon einen etwas höheren Anteil an Bitterstoffen. Das merkt man dann, wenn man jetzt wirklich den Spargel einfach mal, wenn man mal in einen rohen Spargel reinbeißt. Dem kann man entgegenwirken, wenn man ein kleines bisschen Zucker mitverwendet. Also beim Spargel geschält, hier hinten die etwas holzigen Enden abschneiden und ruhig mit ins Wasser rein. Dann haben wir die Zitrone. Zitrone empfiehlt sich vorher immer nochmal so mit lauwarmen Wasser abspülen. Einfach einmal kurz andrücken und mit rein. Salz, Zucker und jetzt hier ein ordentlicher Löffel Butter. Das Ganze jetzt zum Kochen bringen. Man kann als Empfehlung, wenn man jetzt einen Dämpfer zu Hause zum Beispiel hat, kann man den Spargel auch noch dämpfen. Der bleibt ein kleines bisschen knackiger, aber man wird eins merken, man bekommt nicht wirklich diesen hundertprozentigen Spargelgeschmack dort rein, wie wenn man das jetzt in Salzwasser kocht. Da muss man irgendwo nochmal danach ein kleines bisschen glasieren oder irgendwie in diese Richtung arbeiten. So, als nächstes machen wir den Kartoffelstampf, ein bisschen Öl. Und in dem Öl den Speck auslassen. Viele machen das jetzt zum Beispiel mit Wasser. Das heißt, die machen in den Topf rein, einen kleinen Schluck Wasser und tun den Speck dann dort drin auslassen. Den krosseren Speck bekommt man, wenn man einfach nochmal ein kleines bisschen Öl in den Topf reinmacht. Also kein Wasser, sondern ein kleines bisschen Öl. Und den Speck in dem Öl gleich kross werden lässt. Das Ergebnis ist besser, das Speck ist krosser, es ist schöner ausgelassen, als wenn ich jetzt mit Wasser arbeite. Und es macht auf jeden Fall nicht ganz so eine Sauerei. Weil irgendwann fängt das Wasser dann an dem Punkt an zu kochen und dann fängt es an zu spritzen, spritzen, spritzen. Probieren Sie mal die Variante, auch zu Hause, wenn Sie jetzt Rotkraut oder Sauerkraut machen. Und hier sieht man auch schon das Ergebnis, der wird schon jetzt direkt richtig schön kross. Wenn der jetzt ausgelassen ist, kommt dann die Zwiebel dazu. Bei der Zwiebel, je nachdem beim Kartoffelstampf, der eine mag jetzt zum Beispiel, mag die Zwiebel nicht unbedingt auf der Zunge. Also das heißt, man kann zum Beispiel Würfel nehmen, macht man kleine fein geschnittene Würfel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich mag das, wenn man die Zwiebel noch sieht und ganz am Ende auch erkennt irgendwo, dass sie dort dabei ist beim Kartoffelstampf, finde ich persönlich das jetzt nicht ganz so schlimm. Deshalb nehme ich lieber Schülchen, also Streifen. So, als nächstes kommt der Zucker dazu. Der wird jetzt hier leicht mit karamellisiert. So, das geht jetzt gleich los hier. Wenn man jetzt mal hier rein kaut nochmal, dann sieht man, dass der Zucker jetzt hier anfängt auch zu karamellisieren. Und dieses Karamellisieren, den Prozess wollen wir jetzt quasi haben, um dann am Ende vom Ansatz her das Ganze glasieren zu können. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt ein bisschen der unangenehme Teil. Und zwar tun wir den Ansatz jetzt mit Essig ablöschen. Dort muss man immer die Nase ein bisschen weg tun. So, und jetzt geben wir die Kartoffeln dazu. Man kann das zum Beispiel in der frühen Jahreszeit, kann man das mit Drillingen auch machen oder mit Larat-Kartoffeln. Das ist eine reine Geschmackssache. So, jetzt hier Salz. Ein kleines bisschen Brühe ablöschen und jetzt wird es erhitzt. Ich nehme für den Kartoffelstampf, nehme ich immer gerne Kartoffeln, die jetzt wenigstens mal einen Tag alt sind. Das ist wie für Bratkartoffeln. Da kriege ich einfach dann vom gesamten Stampf her einfach ein bisschen die schönere Konsistenz. Die lassen wir jetzt wieder heiß werden. Man kann das auch machen, wenn man das will, dass man jetzt zum Beispiel Pellkartoffeln macht, die pellt und dann dort draußen einen Kartoffelstampf macht. Also der Philosophie sind keine Grenzen gesetzt. Und da sollte man auch jetzt nicht auf irgendetwas schwören, sondern man muss die Variante finden, die einem am Ende des Weges am besten schmeckt. Und das ist irgendwo die Hauptsache. So, in den Spargel rein. Und die Enden ruhig mit ins Spargelwasser rein. Das gibt auf jeden Fall nochmal Geschmack. Den Spargel jetzt sieben bis acht Minuten kochen. Sieben bis acht Minuten. Dann nimmt man den raus. Dann kann man den quasi schneiden und zubereiten, wie man möchte. Entweder man kann den im Ganzen lassen. Man kann auch eine Variante ausprobieren, indem man die Enden zum Beispiel klein schneidet. Prinzipiell finde ich es immer am schönsten, wenn man jetzt die Spitzen zum Beispiel ganz lässt. Und beim Anrichten kommen wir dann auch noch dazu. Der Spargel ist ja der König der Gemüse. Also der Sommerkönig, der Winterkönig ist ja sozusagen die Schwarzwurzel. Und beim Spargel achte ich zum Beispiel immer darauf, dass immer die Spargel Spitzen zum Herzen zeigen. Und das zeige ich dann auch gleich noch beim Anrichten. So, für das Kalbsfilet. Das ist jetzt ein australisches Murray River Salz, was wir hier dazu geben. Die Pfanne heiß werden lassen. Richtig knacke heiß. Dann gebe ich einfach nur Salz dazu. Das kann auch mehr Salz zum Beispiel sein. Das ist überhaupt kein Problem. Das sollte auf jeden Fall so ein bisschen eine gröbere Struktur haben. Was bezwecken wir damit? Und zwar, wenn ich das jetzt richtig, also richtig heiß. Die Pfanne sollte heiß sein. Das Salz auch richtig heiß werden lassen. Und zwar hat es jetzt die Bewandtnis. Wir kriegen so ein bisschen den richtig knackigen, rauchigen Geschmack außenrum. Es ist zum Beispiel auch für Steaks eine super Variante, den Steaks so ein bisschen einen knackigen, rauchigen Geschmack zu geben. So, das brauche ich jetzt eine kleine, kurze Weile. Also durch diese trockene Hitze, durch diese trockene, harte Hitze, die jetzt auf das Fleisch unmittelbar draufgriffen, wie beim Kontaktgrillen, kommen quasi so schöne, richtige, ja, ein paar Bitterstoffe, ein paar Röstaromen jetzt in das Fleisch mit rein. Dann dreht man die Pfanne aus, gibt ein kleines bisschen Butter dazu, Rosmarin. So, nochmal drehen. Und hier sieht man jetzt schon sozusagen das Ergebnis, dass man so ein knackiges Röstaromen hat. Ich gebe jetzt hier bei uns das Fleisch unter den Salamander. Wenn Sie jetzt zu Hause einen Backofen haben mit einer Grillfunktion, schalten Sie den an. 150 Grad, Grillfunktion, das Fleisch mit der Pfanne unten drunter. Wir machen das jetzt hier unter dem Salamander. Lassen Sie unten drunter stehen und dann tun wir so alle Minute, zwei Minuten das Fleisch drehen. Und je nachdem, wie Sie jetzt das haben wollen. Also wenn man das Englisch haben will, dann sollte man zum Beispiel auf 48 Grad Kerntemperatur, also 44 bis 48 Grad maximal Kerntemperatur gehen. Danach hat man dann Senior. Ab 52, 54 Grad Kerntemperatur geht dann Medium los. Und alles, was dann drüber wird, ist quasi dann durch. Man kann sich auch helfen mit einer Rouladennadel. Und wenn man jetzt die Rouladennadel einmal rein, dann macht man die sogenannte Lippenprobe. Und wenn es so wie jetzt ist, dass es noch kalt ist, dann weiß man, okay, das Fleisch gebraucht noch. Ist aber eine Gefühlssache, das müssten Sie auf jeden Fall üben zu Hause. Das sind aber Tipps, wie man sich helfen kann, zu sagen, wie ist denn das Fleisch jetzt Medium. So, für den Kartoffelstampf sind jetzt die Kartoffeln richtig schön heiß. So sieht der Ansatz aus. Und ich mache das wirklich richtig klassisch, indem ich die Kartoffeln einfach wirklich mit dem Stampfer bearbeite. Aber schön grob lassen von der Struktur her. Nicht zu fein. Genau, und da hat man jetzt, wenn man mal genauer hinguckt, hat man eben noch diese schöne klassische Zwiebel mit drin. Den großen Speck mit drin. Das ist was Herzhaftes. Und das passt super zum Spargel, wenn es ein kleines bisschen süß-sauer ist. Falls die Konsistenz nicht ganz stimmt, einfach einen kleinen Schluck Brühe dazu. Und damit wird es nochmal ein kleines bisschen sämiger. Haben wir Nummer eins schon mal fertig mit Petersilie. Und wenn ich Ihnen einen Hinweis geben darf, am besten schmeckt es, wenn man das einfach nochmal so eine Stunde, zwei Stunden auf jeden Fall ziehen lässt, dann schmeckt das nochmal richtig gut. Und das ist wie bei einem guten Eintopf. Ein guter Eintopf sollte auf jeden Fall mal einen Tag gestanden sein. Erst dann schmeckt er. Genauso ist es bei einem Kartoffelstampf. Wenn man Kartoffelstampf einfach ein ganz kleines bisschen stehen lässt, dann zieht das nochmal durch. Und es kommt ein richtig guter Geschmack zustande. Spargel nehmen wir jetzt hier raus. Und zwischendurch ganz wichtig, immer mal das Fleisch kontrollieren und einmal drehen. Als kleiner Hinweis, wenn ich das nochmal zeigen darf, wenn jetzt zum Beispiel hier an der Stelle tritt jetzt hier der Fleischsaft aus. Und wenn das passiert, dann ist es so, dass man sagen kann, okay, das Fleisch ist jetzt so kurz vor dem Punkt, dass es Medium ist. Also das sind auf jeden Fall Indikatoren, also Hinweise, die einen darauf schließen lassen, okay, jetzt sollte ich mal nachschauen. Ich muss es auf jeden Fall mal überprüfen und mal testen. Fleischruhe sollte eingehalten werden, also wenigstens mal so drei, vier Minuten stehen lassen und erst dann servieren, so dass das Eiweiß Zeit hat, sich wieder zusammenzusehen, die Flüssigkeit zu binden, das Fleisch entspannt einfach nochmal. Also das ist schon quasi wichtig, dass man da drauf mit achtet. So, jetzt machen wir hier beim Spargel weiter. Beim Spargel kann man jetzt hier zum Beispiel Röhrchen schneiden. Von den Spitzen lassen wir ganz. Kleines bisschen Butter. Dann braten wir den Spargel in der Butter an. Kleines bisschen Zucker dazu und löschen das mit dunklem Balsamico ab. Wer möchte, kann das jetzt zum Beispiel anbraten mit Farbe, also so, dass ein kleines bisschen eine Farbe draußen um den Spargel ist. Es ist aber auf jeden Fall eine Variante, dem Spargel nochmal ein bisschen Geschmack zu verleihen. Kleines bisschen Zucker dazu. Kleines bisschen Balsamico. Und jetzt wird es, wenn wir das damit glasieren, wenn man jetzt das hier hinten sieht, an der Stelle, hier können Sie jetzt erkennen, wenn dort dann das Fett ausbricht, dann ist es nicht mehr glasiert. Das heißt, die Flüssigkeit ist fast komplett weg. Das sollte nicht der Fall sein. Also man muss das richtig erwischen. So wie jetzt. So jetzt, wie hier, muss es quasi aussehen, wenn Sie wollen, dass es glasiert ist. Jetzt nimmt man das runter. Die Glasur ist schön um den Spargel drumherum, um die einzelnen Stücken. Ist aber auch schon wieder, wenn es jetzt noch eine Minute steht, ist es schon wieder zu viel. Dann gibt man nochmal einen kleinen Schluck dazu. Und dann hat man das optimale Ergebnis. Das ist ein kleines bisschen schwierig, das rauszubekommen. Das muss man einfach üben. Das ist eine reine Übungssache. Beziehungsweise vom Auge her immer wieder das zu sehen und zu erkennen, dass da nichts passieren kann. Ganz schnell noch den Schnittlauch dazu, bevor wir zum Anrichten kommen. Ein kleines Highlight habe ich natürlich noch verschwiegen. Das möchte ich jetzt noch zeigen. Und zwar, um den Kartoffelstampf abzurunden. Kann ich nur eine Empfehlung aussprechen. Es schmeckt super lecker. Wenn wir dort einfach ein paar Pinienkerne anrösten. Das kann ruhig grob geschnitten sein, sodass man am Ende auch noch die Struktur erkennt. Und das in den Kartoffelstampf noch mit rein. Probieren Sie das einfach mal aus. Es schmeckt super lecker. Beim Anrichten nehmen wir jetzt hier so einen Ausstecher. Das ist aber kein Muss. Sie müssen das nicht unbedingt machen zu Hause. Sie können das auch ganz locker irgendwie auf den Teller bringen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann können wir den Kartoffelstampf in den Ausstecher festdrücken, sodass der auch die Form bekommt. Dann kann man das abziehen. Dann lüften wir jetzt hier mal auch das Geheimnis mit der Alufeuhe. Und jetzt sieht man hier wirklich, dass es schön rund, oder? Funktioniert hervorragend. Das machen wir jetzt hier drumherum. Und jetzt den Spargel dazu. Für mich ist bei der Sache beim Spargel eben immer wichtig, dass die Spitzen zum Herzen zeigen. Weil das ist immer... Also wer als Koch zum Beispiel auf sowas achtet und auch vom Anrichten her darauf achtet, der macht das auch gern. Der macht das einfach mit Liebe. Das ist ein kleines Detail. Da kann man zwar vielleicht denken drüber, wie man möchte. Aber gehört auch ein bisschen Arbeitlaube dazu. So, jetzt noch ein schönes Sößchen, was natürlich gut dazu passt. Man kann jetzt Bärlauch dazu machen. Man kann einen schönen Kerbel dazu machen. Also auf jeden Fall frische Kräuter. Man kann zum Beispiel den Bärlauch noch so halbieren. Da macht man so ein schönes Schleifchen drauf. Und voilà. Ja, das ist unser schönes sommerliches Gericht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude beim Nachkochen. Und schauen Sie rein, sagen Sie mir Bescheid, wie es Ihnen gelungen ist. Ihr Benjamin Unger Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de